Hallo hier ist wieder euer Sebossi Heute mit einer Kanal Empfehlung für euch Das handelt sich um den Kanal Andys Kinoblog Das Gala Das schreibt man also das Gala aneinander Dann findet man den Kanal Das müsst ihr einfach hinschreiben dann findet ihr den Kanal direkt Aber über drüber steht halt Andys Kinoblog Ja das ist ein Kanal so ähnlich wie ich Der redet viel über Filme Stellt Unpackings vor Ähm Auch größere Editionen Blu-rays Hat auch vor kurzem einen Live Stream gemacht Der sehr gut angekommen ist Ja Und natürlich auch Wo ich das letzte Mal gesehen habe Die Stirb Langsam Spezial Edition ausgepackt Oder auch Die Harry Potter Collection Hat er auch gezeigt Also wenn ihr euch für Filme Äh Filme und Filme Spezial Editionen interessiert Er macht sehr tolle Videos Könnt ihr euch ruhig anschauen Also Andys Kinoblog ist auf alle Fälle Wert anzuschauen Das Das war's für heute Ferti Euer Das war's für heute Das war's für heute